Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr bessere Dream Snaps hinbekommt, beziehungsweise mehr Mondstein bekommt. Das ist natürlich keine Garantie, ist natürlich auch immer ein bisschen glücksabhängig, neben welchem Bild ihr immer gezeigt werdet, auf welcher Plattform ihr spielt. Ich spiele ja auf der Playstation und zum Beispiel sind Playstation-Leute immer nur unter sich. Darum sehe ich zum Beispiel auch immer die Namen bei der Abstimmung der Bilder. Aber ich will euch so ein paar kleine Tipps geben, wie ihr einfach bessere Bilder hinbekommt. Vor allem, wenn ihr immer nur 300, 600 oder 900 Mondsteine gewinnt oder vielleicht neu anfangt mit Dream Snaps. Wir werden uns gleich auch noch mal ein paar Siegerbilder angucken, uns ein bisschen daran orientieren und schauen, warum diese Bilder überhaupt gewonnen haben oder so gut bewertet werden. Obwohl viele der Bilder haben ja auch nicht ganz so gut gefallen. Also die sind alle schon schön, die sind alle sehr gut, die haben auch 4000 Mondsteine mindestens verdient. Aber ob sie natürlich gewinnen, ist natürlich immer Geschmackssache und vielleicht auch ein bisschen Glück und so weiter. Aber die viele Bilder haben immer was gemeinsam. Und ihr kennt ja auch teilweise meine Abstimmungs- und Dream Snaps-Bildervideos. Die mache ich ja immer jeden Donnerstag, Freitag, Samstag. Da mache ich ja immer mein Bild und meine Abstimmung. Und da kennt ihr eigentlich immer schon etwa meine Kriterien. Also vertraut mir nicht zu 100%ig. Das Ganze ist nach meinem eigenen Geschmack, nach meiner subjektiven Meinung. Vertraut euch da irgendwie selber. Aber ich glaube, es könnte ein bisschen helfen. Genau, ich will es euch auch anhand dieses Piratenbildes zeigen. Das ist ja gerade unser aktuelles Thema. Wo ist es? Genau, das ist aktuelle Herausforderung. Angeberei und Säbelrasseln. Genau, ich werde es euch an dem Beispiel zeigen. Ich kann euch nochmal mein aktuelles Bild zeigen. Das ist jetzt das hier. Genau. Und dann blende ich euch jetzt mal die Siegerbilder ein der letzten Wochen und Monate. Und eins fällt ja wirklich auf. Es sind meistens immer Frauencharaktere. Darum habe ich das diesmal bei dem Piraten-Setup auch gemacht. Bei dem Piraten-Thema. Dass ich eine Frau genommen habe. Weil ich glaube, die gewinnen einfach öfter. Und du kannst einfach wirklich auch mehr mit Frauen machen. Du kannst ihr ein Kleid anziehen. Du kannst ihr ein bisschen schminken. Ein bisschen abgefahrener machen. Natürlich kannst du das bei Männercharakteren auch machen. Vor allem heutzutage. Jeder soll so rumlaufen, wie er will. Lasst euch da nichts einreden. Seid so, wie ihr seid. Scheißt wirklich auf die Meinung der anderen. Aber trotzdem sieht es halt auf Bildern oft sehr verkleidet aus. Wenn da ein Mann mit Kleid steht oder mit Make-up. Darüber wird meistens immer gelacht. Oder das Bild wird dann nicht ernst genommen. Darum mit Frauen kann man öfter mehr machen. Und ich glaube, das wird einfach öfter gut bewertet tatsächlich. Warum auch immer. Aber ich nehme meistens immer einen männlichen Charakter. Weil ich mich damit mehr identifiziere. Aber ich habe letztens auch einen Frauencharakter genommen. Da habe ich sogar 2500 Mondsteine mal wieder gewonnen. Mein höchster Platz war auch, glaube ich, mal Platz 65. Ich habe auch 2.000, 3.000, 4.000 Mondsteine gewonnen. Wie gesagt, ich bin auch kein Garant für die Siege. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen was tun auf jeden Fall bei den Bildern. Und ihr seht ja auch immer, dass bei den Siegerbildern man immer zentriert ist. Und auch oft einen tierischen Begleiter hat. Oder auch einen Bewohner irgendwie. Darum nimmt immer passend zum Thema auch immer Begleiter mit. Ich habe ja zum Beispiel jetzt den Piratenpapageien genommen. Und auch Donald nehme ich natürlich mit, weil er das Piratenoutfit hat. Den Skin konnte man irgendwann, glaube ich, mal kaufen. Oder war der im Sternfahrt? Der war im Sternfahrt, ne? Achtet wirklich darauf, dass sie immer passend zum Thema auch das Biom auswählen. Das haben wir ja Piratenthema. Sehe ich auch oft. Das zum Beispiel das Piratenthema dann irgendwie im vergessenen Land ist. Oder irgendwie im Wald. Macht es dann am Strand natürlich. Was dazu halt passt, ne? Nehmt die passenden Begleiter mit. Zieht die passenden Kleidungsstücke an. Und versucht auch unabhängig, ob es jetzt ein Kleiderthema ist oder ein Dekothema. Versucht immer beides zu kombinieren. Zieht wirklich Piratenklamotten an und dekoriert auch piratenmäßig. Das sehe ich halt auch oft oder sagen auch oft. Welche acht Klamotten reicht ja. Zählt ja für Dream Snaps. Ich stelle mich dann jetzt in Dagobets Laden oder vor den Brunnen. Nein, du musst natürlich auch den Hintergrund geil machen. Natürlich wird das gezählt für Dream Snaps. Aber ob das Bild natürlich viele Mondsteine bekommt, wage ich zu bezweifeln. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr solltet immer das komplette Bild beachten. Guck mal, hier habe ich sogar die Dinger noch da stehen. Genau, da stelle ich zum Beispiel auch dahinter. Das hatte ich glaube ich vom letzten Dream Snaps mit den tierischen Begleitern. Damit das Bild zählt. Sowas wird oft auch in den Vordergrund einfach gestellt. Dann ist das immer Sperrmülltag für mich. Wenn die Sachen überhaupt gar nicht dahin passen. Hauptsache 20 Sachen auf dem Haufen. Macht das auch nicht. Guckt immer, dass alles zueinander irgendwie passt. Genau, dann würde ich mich jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Und achtet wirklich auch darauf, dass ihr was im Vordergrund habt. Und im Hintergrund. Guck mal, da hinten habe ich einen Piratenschiff oder Erikschiff. Habe den Jungboden, habe einen Fass da stehen. Oft sehe ich auch Bilder, die haben wirklich nur im Vordergrund Dinge stehen. Die ersten drei, vier Meter und dann ist da nichts mehr. Guckt wirklich, dass ihr nahe was am Vordergrund habt und wirklich hinten. Ich habe jetzt nur eine Steinwand. Aber manche haben ja wirklich dann in die 200 Meter nach hinten Platz. Haben auch die Siegerbilder. Die haben wirklich Details, Liebe zum Detail. Und wirklich was im Hinter- und im Vordergrund. Versucht darauf auch zu achten. Genau, das habe ich, glaube ich, alle schon mal erwähnt. Dann können wir mal auf den Bildmodus immer eingehen. Versucht wirklich nie Selfies zu machen. Sehe ich auch immer sehr, sehr, sehr oft. Damit gewinnt ihr auch nicht viel. Außer schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr mit dem Selfiebild schon mal 4000 Mondsteine gewonnen? Vielleicht klappt das. Aber würde ich nie machen. Also ihr seht ja auch bei den Gewinnerbildern oder den Bildern, die oft ganz oben sind, folgt mir da auch gerne bei Discord oder bei Instagram. Da seht ihr auch immer die Siegerbilder. Ihr könnt im Discord auch gerne eure Bilder reinposten und auch von der Community bewerten lassen. Ich werde mir schon auch mal ein Video machen und eure Bilder bewerten. Wird, glaube ich, auch ganz, ganz witzig. Genau, aber Selfie-Modus würde ich nie nehmen. Lasst das wirklich sein. Geht immer direkt auf den zweiten Modus. Das ist auch der Modus, den ich immer empfehlen würde. Und 16 zu 9. Nie diese Formate immer wirklich Breitbild auf jeden Fall benutzen, würde ich euch vorschlagen. Ist immer am besten. So sind auch die meisten Siegerbilder. Schön zentriert. Genau, genau, genau. Den Modus kann man natürlich auch nehmen. Ich nehme den immer so ein bisschen den Drohnen-Modus. Weil da könnt ihr dann irgendwie von oben mal Bilder aufnehmen. Falls ihr irgendwie ein Biom zeigen wollt oder ein Zimmer. Falls das mal Thema ist. Aber das würde ich auch fast nie nehmen. Macht wirklich immer diesen zweiten Modus. Der ist wirklich am besten. Posen könnt ihr euch wirklich aussuchen. Hier ganz rechts findet ihr auf der Tierpfote dann die Tierposen. Werde ich auch immer sehr oft gefragt, wie man ein Tier auf den Schoß nimmt oder irgendwie auf den Arm nimmt. Oder so. So könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und je nach Tier ist es auch immer was anderes. Vögel sind zum Beispiel immer auf dem Arm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Eichhörnchen nehmt, kann ich euch auch nochmal zeigen. Eichhörnchen, wo bist du? Genau, jetzt düsteres Eichhörnchen. Macht dann das Bild. Äh, genau. Let's go. Geht dann auf Pfote. Dann hat sie das zum Beispiel so auf der Hand. Da würde ich euch auch immer vorschlagen, macht so nie das Bild. Dreht das Bild immer. Dass ihr das von der Seite habt. Sieht viel, viel besser aus. Das ist auch oft bei den Gewinnerfotos so. Versucht das Bild so zu machen, nicht so. Das Eichhörnchen verdeckt nämlich euer Gesicht und euer Outfit. Das sieht auch immer blöd aus. Sehe ich auch so oft. Oder irgendwie so oder so. Versucht es irgendwie von der Seite aus zu machen. Wenn ihr die Kamera drehen könnt. Manchmal ist da auch ein Bug drin, dass es nicht funktioniert. Genau, also das ist immer je nach Begleiter anders. Die Schildkröte hält man zum Beispiel so vor den Bauch oder so. Da müsst ihr immer gucken. Je nach Thema würde ich immer den passenden Begleiter nehmen. Natürlich passt hier fast nur der Papagei. Oder vielleicht noch eine Schildkröte würde auch noch irgendwie gehen. Aber wir nehmen jetzt den Papageien. Genau. Donald würde ich zum Beispiel auch gerne in den Hintergrund stellen. Muss nicht unbedingt sein. Also man sieht ja auch Siegerbilder, wo mal kein Begleiter oder so drauf ist. Das geht auf jeden Fall auch. Da würde ich immer je nach Thema wählen oder auch je nach Geschmack. Ich finde das eigentlich mal ganz schön. Und oft seht ihr ja auch zum Beispiel, wenn ein Begleiter irgendwie auf dem Eingewinnerbild, wo Mini so winkt. Oder Mickey und Goofy kommen von der Seite. Das ist natürlich krasse Arbeit. Ihr könnt euch natürlich stundenlang Zeit für so einen Dreamsnap lassen. Und das so krass positionieren. Aber das ist schon eine hohe Kunst und viel Glück. Dass die Charaktere richtig stehen, richtig gucken. Ich mache zum Beispiel immer nur eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde ein Bild. Also ich gebe mir da jetzt nicht so viel Mühe wie viele andere auch aus der Community. Genau. Maui würde mich jetzt schon ein bisschen stören im Hintergrund. Aber er würde noch passen. Genau. Er guckt mich an. Dann würde ich mich hier hinstellen. Den zweiten Bildmodus nehmen. Und wie gesagt, macht ein schönes Gesicht. Ich würde zum Beispiel nicht das nehmen. Das sieht so aggressiv aus. Das kann man vielleicht machen, wenn irgendwie Monster gefragt sind in einem Dreamsnap oder so. Aber nehmt immer eine freundliche Pose. Ein schönes Lächeln oder so. Versucht die Augen aufzuhalten, wenn ihr das Foto macht. Das sehe ich auch so oft, dass die Augen geschlossen sind. Oder auch Donald dann irgendwie die Augen geschlossen hat. Versucht das auch zu vermeiden irgendwie. Und einen guten Blick irgendwie hinzubekommen. Filter, wie gesagt, würde ich auch fast nie nehmen. Also ich nehme nie welche. Und die Siegerbilder haben auch nie Filter. Also vielleicht kann man mal einen ganz zarten Filter nehmen. Zum Beispiel der würde, glaube ich, ganz gut passen. Ich glaube, der würde noch gehen. Ja, der würde noch halbwegs gehen. Aber auch hier so schwarz-weiß würde ich fast nie benutzen. Auch wenn das immer historisch korrekt ist. Aber leider sieht man die Farben nicht und man sieht kaum was vom Bild. Würde ich immer sein lassen. Das wird auch nie hoch gevotet. Würde ich persönlich sagen. Also ich vote die fast nie. Da muss das Bild schon richtig geil sein. Oder irgendwie, du hast wirklich schwarz und weiß als Thema. Oder historische Bilder. Dann kann man sowas vielleicht machen. Und Rahmen würde ich auch nie nehmen. Auch vor allem den hier nicht. Ganz, ganz schlimm. Das ist immer für mich der Shisha-Bar-Autoscooter-Nebelfilter. Du siehst halt die Hälfte vom Bild nicht. Sehe ich auch immer so oft. Das macht das Bild kaputt und wird nie gewinnen. Beziehungsweise nie hoch bewertet werden. Vielleicht wird es auch hoch bewertet. Aber es trifft nicht meinen Geschmack. Also so ganz und gar nicht. Ich glaube euren auch nicht. Natürlich kann man hier das so ein bisschen nehmen. Würde ich aber auch weglassen. Ein Siegerbild hat zum Beispiel auch dieses Dreamlight Valley den Rahmen. Kann man wohl auch machen. Aber ich würde immer davon abraten. Filter würde ich auch nie benutzen. Wenn es nicht unbedingt nötig ist. So hat man immer die besten und strahlendsten Farben. Genau. Also das beide könnt ihr fast schon weglassen. Würde ich sagen. Und achtet wirklich auf Belichtung. Auch dass es nicht regnet. Jetzt regnet es gerade. Würde ich auch nie machen. Außer es ist wirklich Regen gefragt oder so. Aber ich würde immer bei schönem Wetter. Ihr könnt gucken, ob ihr Sonnenuntergang, Aufgang macht. Dem Nachts würde ich es auch nie machen. Hauptsache die Sonne oder der Mond bestrahlt euch ein bisschen. Ihr müsst gut zu sehen sein. Ihr dürft nicht im Schatten stehen. Achtet wirklich da auch irgendwie drauf. Macht ein paar Kerzen hin. So ein paar Lichtquellen auch aufs Bild. Finde ich mal ganz schön. Details, Details, Details. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Genau. Regen. Ich würde ja zum Beispiel Regen nie ein Bild machen. Außer wirklich. Jetzt ist mir gefragt. Monsoonregen als Thema. Sofut. Mach ein schönes Regenbild. Dann natürlich schon. Aber ansonsten. Ich würde immer schönes Wetter nehmen. Genau. Noch ein bisschen nach vorne. Ich versuche nochmal mein Bild so ein bisschen nachzubauen. Ja. Donald steht jetzt auch nicht ganz perfekt. Man kann so eine Pose nehmen. Oder nehmen gleich das Tier. Genau. Irgendwie so ein schönes Gesicht oder so. So ein schönes Lächeln, was sympathisch ist. Ihr könnt natürlich auch den Begleiter ausschalten. Dann fliegt er rum. Ist natürlich auch cool, so ein Bild hinzukriegen. Dass der Begleiter irgendwie so. Dass der Begleiter da irgendwie im Vordergrund rumfliegt. Ist jetzt ein bisschen unscharf. Kann aber auch sehr, sehr geil aussehen. Ist manchmal halt wirklich stundenlange Arbeit. Aber da habe ich schon coole, coole Bilder gesehen. Aber wenn ihr es leicht haben wollt, macht es einfach so. Dreht ein bisschen die Kamera. Hier seht ihr auch. Hier habt ihr den Schatz rechts im Vordergrund. Links habt ihr diesen Schreibtisch. Hinten ist ein bisschen unscharf. Man sieht da was. Man sieht, oh, das ist ein Schiff. Das ist der Jungenbrunn. Da ist ein bisschen was los im Hintergrund. Stellt nicht zu viel dahin. Macht immer so ein bisschen, was die Kerzen leuchten. Überall frachtet das Bild auf jeden Fall nicht. Ist natürlich auch cool, wenn man da jetzt einen Blitz drauf kriegt oder sowas. Ja, okay. Donald guckt jetzt nicht gerade richtig geil. Den müssen wir noch ein bisschen nach vorne schieben. Und manche haben ja wirklich zwei, drei Charaktere auf dem Bild. Was schon echt mühsam ist. Du musst ja teilweise auch auf die richtigen warten, dass die da langlaufen. Man kann ja immer nur einen mitnehmen. Genau, dann würde ich es einfach so machen. Immer diesen Bildmodus nehmen. Kein Rahmen, kein Filter. Schönes Lächeln. So, das Tier kann man noch irgendwie nehmen. So, gucken, dass sie in die Kamera guckt oder dass sie das Tier anguckt. Aber nicht Augen zu oder irgendwie nach oben oder so. Ich will ja mal warten, ob wir einen guten Shot hinkriegen. Donald guckt schon ganz gut. Komm, guck in die Kamera. Das kann manchmal wirklich stundenlange Arbeit sein. Aber die Mühe mache ich mir auch nicht. Also in einer Dreiviertelstunde will ich das Ding auch im Kasten haben. Guckt sie jetzt mal? So richtig guckt sie nicht, ne? Ja, das wäre mir schon zu, 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 zu Augen. Vielleicht müsste ich einen anderen Gesichtsausdruck nehmen. Vielleicht so. Genau, ja, Goofy würde jetzt auch nicht drauf passen. Da muss man halt immer Glück haben. So könnte man auch das Bild machen. Finde ich auch noch in Ordnung. Dass sie den Papageien anguckt. So. Ja, sie guckt nicht so richtig in die Kamera. Ja, vielleicht irgendwie so. Ja, der Blick ist jetzt auch nicht in die Jamm. Man müsste jetzt noch mehr dran rumfummeln. Genau. Ne? Ich kann euch nochmal mein aktuelles Bild zeigen. Mal gucken, was es bekommen wird. Ne? Da seht ihr auch, die Farben sind cool. Sie guckt in die Kamera. Natürlich könnte man den Papageien noch irgendwie rumflattern lassen. Ariel weiß ich nicht. Gefällt mir auch nicht ganz so. Natürlich wäre der Schädelfels in dem Hintergrund natürlich auch nochmal richtig, richtig geil. Aber da habe ich alles leider zugebaut. Das ist das Problem. Ne? Aber achtet wirklich auf Hintergrund, Vordergrund. Nehmt den mittleren Bildmodus. Macht Breitbild, kann ich nochmal sagen. Nehmt einen Begleiter mit. Muss nicht unbedingt sein. Nehmt passende Begleiter mit. Passende Klamotten, passende Deko. Auf jedem Bild. Es ist nicht egal, ob jetzt nur Klamotten gefragt sind oder Deko. Ne? Guckt immer wirklich, was das Thema ist. Ihr könnt auch ein bisschen abweichen davon. Es ist nicht wichtig, dass ihr es hundertprozentig einhaltet. Ihr könnt euch ein bisschen auf was selber ausdenken. Versucht da kreativ zu sein. Ne? Guckt in die Kamera. Habt eine schöne Pose. Irgendwie überfrachtet das Bild nicht. Aber dekoriert es schön. Achtet auf eine geile Lichtstimmung. Dann sollte es eigentlich wirklich klappen. Mit ein paar Mondsteinen. Also es würde mich wundern, wenn ihr dann noch 300 oder 600 bekommt. Alles klar, Leute. Aber wie gesagt, es ist alles nur meine persönliche Meinung. Meine persönlichen Tipps. Ich gewinne halt auch manchmal nur 1200, 1500 Mondsteine. Aber vielleicht ist es für Anfänger interessant. Oder für welche, die wirklich Probleme haben. Und wie gesagt, euer Geschmack zählt. Wenn es euch gefällt, das ist immer am wichtigsten. Aber manchmal ist man ja auch sehr frustriert. Man gewinnt nie was und denkt sich, warum klappt das denn nicht? Und das Bild gewinnt so viel. Ich fand meins viel besser. Manchmal ist es auch oft Glück. Und die Dreamstabs-Bewertungen sind oft auch sehr komisch und nicht transparent. Man weiß auch nicht, was dahinter steckt so wirklich. Vielleicht wird das auch nochmal in Zukunft verbessert. Man sieht irgendwie Ranglisten oder sowas. Ich muss ja immer im Internet nach den Gewinnerbildern suchen. Genau, genau, genau. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ich habe alles genannt an Tipps, was man nennen konnte. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, Dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.